Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Letzte Woche Samstag habt ihr euch zwar nicht für diesen Charakter entschieden, aber er ist auf einem guten zweiten Platz gelandet, weshalb ich euch heute ein Faktenvideo über Augustus Rookwood präsentiere. Insgesamt habe ich 10 Fakten herausgefunden und würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, aber genug gequatscht, fangen wir an. Starten tun wir wie üblich mit Fakten Nummer 1. Geboren wurde Augustus Rookwood entweder 1926 oder 1927 in Großbritannien. Er selbst war sehr wahrscheinlich entweder ein Halbblut oder ein Reinblut, da seine direkte Familie jedoch nicht bekannt ist, lässt sich dies hier nur spekulieren. Fakt Nummer 2 Rookwood war ein treuer und loyaler Anhänger von Lord Voldemort und sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Schreckensherrschaft dabei. Er fungierte als Spion für Voldemort. Fakt Nummer 3 Bis ins Jahr 1982 war Augustus Rookwood für das Zaubereiministerium tätig und diente dort als sogenannter unsäglicher oder auch unaussprechlicher. Viel ist über diesen Posten nicht bekannt, da es ihnen verboten ist, über ihre Arbeit zu sprechen. Fakt Nummer 4 Nach Voldemorts erster Schreckensherrschaft wurde Rookwood von Igor Karkaroff verraten und bekam eine lebenslange Haftstrafe in Azkaban, doch er entkam während des Massenausbruchs im Jahre 1996 und schloss sich wieder den Todessern an. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5 Augustus Rookwood war wie alle Todesser nicht dazu imstande, einen Patronus zu wirken. Fakt Nummer 6 Er wurde nach der Mysteriumsschlacht im Jahre 1996 erneut gefangen genommen und nach Azkaban gebracht, doch kam erneut im folgenden Jahr wieder auf freien Fuß. Fakt Nummer 7 Man sollte Rookwood allein deshalb verabscheuen, da es sein Explosionszauber war, der Fred Weasley während der Schlacht um Hogwarts tötete. Fakt Nummer 8 Schlussendlich wurde Rookwood jedoch von Aberforth Dumbledore im Kampf besiegt. Ob er allerdings getötet wurde oder wieder nach Azkaban kam, ist leider nicht bekannt. Fakt Nummer 9 Rookwoods Vorname wurde in der ersten britischen Ausgabe von Harry Potter und der Orden des Phönix falsch geschrieben. Dort heißt er nämlich Algernon Rookwood. Dies wurde aber später in Augustus korrigiert. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 10 Sein Vorname ist lateinisch und steht darüber hinaus für majestätisch oder ehrwürdig, abgeleitet vom lateinischen Wort Augere. Ja, das war mein kurzes, knackiges Hacktenvideo über Augustus Rookwood. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Links und rechts sindet ihr noch weitere Videos, die ich euch gerne ans Herz legen würde und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute! Bis zum nächsten Mal.